Hallo und Willkommen zu den ersten 30 Minuten von Thronefall. So, dann drücke ich auf Spielen und dann kann es auch losgehen und dann sehen wir uns dieses schöne Indie-Spiel mal an. Dieses hoffentlich schöne Indie-Spiel. Mit VASD kann ich mich bewegen und reiten, kann ich ranzoomen. Zumindest nicht mit dem Mausrad. Ah, vielleicht kommt es hier noch. Oh, ich schieße automatisch, das ist ja cool. So, ich mag den Artstyle schon mal sehr. Ich habe mir das Spiel ja immerhin gekauft. Zumindest kurz habe ich in die Steam-Videos und Screenshots zu dem Spiel reingeschaut. Ansonsten habe ich absolut keine Ahnung. Außer, dass es relativ kurz sein soll. Also irgendwie 6-7 Stunden. Obwohl, sie haben irgendwie einen Endlos-Modus eingefügt. Muss ich mir nochmal anschauen. Das wird auf jeden Fall in der Beschreibung stehen. Ansonsten, was haben wir denn hier? Halte Leertaste oder A gedrückt, um zu bauen. Okay. Sehr schön. Das ist ein Burgzentrum. Wenn es zerstört wird, hast du verloren. Schütze es um jeden Preis. Das Burgzentrum kann später aufgewertet werden. Aber im Moment hast du nicht genügend Gold. Ach, wie im echten Leben. Du hast momentan nicht genug Gold, um das zu bauen. So ein Mist. Wo kriege ich denn Gold her? Und was muss ich machen? Nachts greifen deine Feinde an. Halte die Leertaste oder A gedrückt, um die Nacht zu starten. Äh. Nein, danke. Ich glaube, in das Gebiet kann ich erst später. Und soll ich erst später? Ah. Ja. Vielleicht machen wir das noch nicht. Gut. Ich schätze mal, dann haben wir keine Wahl und müssen tatsächlich eine Nacht starten. Sagen wir, hier kann ich noch was tun? Nö. Na gut. Nacht in ein paar wenigen Sekunden. Okay. Benutze die Leertaste, um deine aktive Fähigkeit einzusetzen. Aktive Fähigkeiten hängen davon ab, welche Waffe du vor dem Start eines Spiels auswählst. Momentan ist es ein Nahkampfangriff. Also nähere dich deinen Feinden so weit wie möglich. Und erst... Stiche ein. Erst dich ein. Das kriegt man hier. Na? Rück doch Leertaste. Ah. Das funktioniert. Ich würde echt ganz gern ein bisschen rein zoomen. Okay. Einen haben wir erstochen. Zwei braucht man noch. Das kriege ich hin. Ja, das war der zweite. Und... Ja, das war der dritte. Investiere dein Gold in den Bau von Häusern. Häuser erhöhen dein Einkommen. Ach, ist das nicht schön. Wie im echten Leben. Da habe ich auch kein... Ich wohne zur Miete. Naja. Dann habe ich noch ein bisschen Gold. Zweites Haus. Ah. Drittes Haus anscheinend auch noch. Mensch. Bin ich reich im Spiel. Fantastisch. Eine gute Wirtschaft ist der Schlüssel zum Erfolg. Jedes Haus, das die Nacht übersteht, bringt dir am Morgen etwas Gold ein. Du hast kein Gold mehr, also wird es Zeit, die nächste Nacht zu starten. Halte die Leertaste oder A gedrückt. Das oder A muss ich nicht vorlesen. Wir verschwinden ganz kurz in die Einstellung. Ja, Auflösung ist halt jetzt auf echten 4K. Ich nehme es trotzdem nur in UHD auf. Ich würde gerne ranzoomen. Wintermodus. Oh, hat das Spiel auch. Gefällt mir generell in Spielen eher weniger. Ist so kalt und weiß dann alles. Mag ich nicht. Okay. Nächste Nacht. Schade, dass man nicht ranzoomen kann. Aber es geht auch so. Genau. Dann wollen wir nochmal die Angriffsfertigkeit nutzen. So. Sehr schön. Lass mich und mein Ross in Ruhe. Ja. Drei Gold haben wir bekommen. Oh, die Welle war einfach. Oh, sechs Gold. Eine große Armee nähert sich. Es wäre klug, zusätzliche Verteidigungsanlagen zu errichten. Das schätze ich auch so. Oh, ein Wachposten. Einfach bauen für drei Gold. Das Bauen macht schon Spaß. Und man sieht ja immer, wie viel es kostet. Gibt zwar nur eine Ressource im Moment, wie ich das sehe. So. Dann hoffentlich bringt das was. So. Nächste Nacht. Ich glaube nur das Tutorial-Level. Wird schon noch anspruchsvoller für uns. Und das ist ein schöner kleiner Tower-Defense mit einem echt, echt grandiosen Artstyle. Da steckt wieder viel Liebe drin. So. Und mein Pferd durchschlägt die Tiere des Feindes. Na, das hat sich gelohnt. Und her mit dem Gold. Vier Stück und meine Häuser bringen mir nochmal drei. Sehr schön. Wir haben genug Gold, um das Burgzentrum aufzuwerten. Also gleich mal ran ans Werk. Das klingt doch gut. Und aufrüsten für sieben Gold. Upgrade. Königliches Training. Plus 75% HP für deinen Charakter. Plus 75% Angriffsschaden für deinen Charakter. Oh, das lohnt sich aber. Super. Das Upgrade, das du gewählt hast, macht dich im Kampf viel stärker. Deine aktive Fähigkeit verursacht jetzt auch mehr Schaden. Du hast kein Gold mehr. Also starte die Nacht. Ja, ja. Das weiß ich schon. Ach, ich hätte vielleicht wählen können. Ist egal. Wir haben das Richtige gewählt. Sorry. Versprech mich auch immer noch gerne. Wir haben das Richtige gewählt. Auf jeden Fall viel Schaden zu machen und mehr einstecken zu können. So spiele ich auch jedes RPG, das ich anfasse. Ich kenne da nur eine Strategie und die funktioniert immer so Mitte. Aber es ist meine Strategie. Und da werde ich nicht von abweichen. Ich bin relativ stur, was das angeht. So. Und wieder besiegt. Her mit dem Gold. So. Von nun an liegt es an dir, wofür du dein Gold ausgeben möchtest. Versuche eine gute Balance zwischen Verteidigung und Wirtschaft zu halten. Ja. Neun Hammer. Ich würde sagen, wir bauen auf jeden Fall ein Haus. Hier gibt es nur feste Standpunkte, oder? Aktuell hat man mit den Armeekrößen noch kein Problem. Okay, so ein Tor wäre natürlich auch nice. Aber wir brauchen definitiv mehr Häuser. Drei Stück. Oh, das kostet nur zwei. Dann sei es drum. Kann man die auch noch aufrüsten? Ja, kann man. Ist das nicht klasse? Was haben wir denn hier? Eine Kaserne. Da kann man Einheiten bauen. Und hier haben wir eine Mühle. Schalte die Option frei, Felder zu bauen, um das Einkommen zu steigern. Hm. Gar nicht so schlecht. Ich würde aber tatsächlich sagen, machen wir mal hier so eine Festungsanlage. Zumindest so ein kleines Tor. Und jetzt können wir noch was für zwei bauen. Oder wahrscheinlich aufleveln. Oder wahrscheinlich aufleveln. So. Ein Haus der nächsten Generation. Okay, da steht kein neuer Text. Dann wollen wir mal die Nacht starten. Da kommen sie ja schon. Uns werden immer mehr. Komm, bevor sie unsere Festungen erreichen, müssen wir die aber platt machen. Die sehen schon so bösartig aus. Und ich glaube, das sind alles Kleinkriminelle hier. So klein, wie die dargestellt werden. Vielleicht lohnt sich das auch hier mit Controller zu spielen. Ist mit Maus und Tastatur völlig in Ordnung. Aber vielleicht... Große Herrscher brauchen eine Armee. Du solltest darüber nachdenken, bald eine Kaserne zu bauen. Auf jeden Fall. Für vier Gold können wir uns das kaufen. Und jetzt habe ich die Wahl. Ritter. Ritter sind vielseitige Krieger. Und gut gegen Fernkampfangriffe gepanzert. Oder Sperrkämpfer. Sperrkämpfer sind schnelle und starke Einheiten. Sie fügen schnell gegen Extraschaden zu. Und verlangsamen sie. Keine gute Wahl gegen Fernkampfeinheiten. Normalerweise würde ich Ritter nehmen. Die Sperrkämpfer klingen gerade ein bisschen besser. Komme ich gegen meine Natur an? Ja. Okay. Um deine Einheiten zu befehligen. Halte die linke Control- oder Steuerung-Taste gedrückt und bewege dich, bis alle deine Einheiten ausgewählt sind. Zweitens. Gehe zu deinem Zielort. Die ausgewählten Einheiten werden dir folgen. Drittens. Drücke die linke Control-Taste erneut, um den Einheiten, die dir folgen, zu befehlen, anzuhalten und an dem Ort zu bleiben, an dem du gerade stehst. Das ist doch wunderbar. Okay. Da sind meine Einheiten. Kommt mit. Oh, das funktioniert ja prächtig so. Hier sollt ihr bleiben. Na wunderbar. Okay, das habe ich gut gemacht. Du kannst deine Einheiten auch befehlen, ihre Position zu halten. Wenn du deine Einheiten platzierst, halte die Befehlstaste eine Sekunde länger gedrückt, bis Kreise auf dem Boden erscheinen. Das stellt sicher, dass deine Einheiten dort bleiben, wo sie sind. Wenn du nicht möchtest, dass sie sich bewegen, probiere es aus. Das habe ich doch gerade ausprobiert. Da stehen sie doch. So, kommt mit. Wunderbar. Text ist auch verschwunden. So, ihr seid die Vorhut gegen den Feind. Ihr steht hier. Dann müssen wir noch ein bisschen Geld verbraten. Erstmal ein bisschen Häuser aufleveln. Bringt mehr Kohle. Und Kohle ist gut. Dann wird den Feind richtig eingeheizt. Mit Gold und einer besseren Armee. So, das Burgzentrum kann ich nicht aufwerten. Ach, ich habe gar kein Gold mehr. Jetzt kommen irgendwie 15 Typen mit einem Baseballschläger. Also 15 Mal Nahkämpfer. Und 7 Bogenschützen. Ui, ui, ui. Dann wollen wir mal die Nacht starten. Na, kommt. Auf die Bogenschützen mit Geschrei. Meine Einheiten bleiben doch nicht einfach hinten stehen. Ist vielleicht ganz gut. Nein, die werden ja massakriert. Hätte ich doch die Ritter genommen. So, kann ich euch wieder heilen? Oder werdet ihr am Tag automatisch geheilt? So sieht es eher aus. Nacht überlebt. Ganz viel Geld. Häuser. Denen geht es sehr gut anscheinend. Was haben wir hier? Noch ein Wachposten. Setz mal auf jeden Fall hin. Falls sie doch mal einbringen. So kann ich in der Kaserne irgendwas machen. Ja, für 8 Gold. Dann würde ich erstmal hier den Turm upgraden. Oh, hoffentlich ist das jetzt ein schöner Kanonenturm. Ne, sieht wahrscheinlich auch nur, dass sie da mit Pfeil und Bogen oder einer Armbrust rausschießen. Hat zumindest Skischarten. Wir werden das sehen. So, ich habe noch 10 Gold. Das heißt, ich könnte noch ein bisschen Armee machen. Kann ich das Tor auch upgraden? Ne, sieht nicht so aus. Tja, dann wird es Zeit für mehr Armee. Mehr Armee ist mehr gut in dem Spiel. Achso, meine Armee ist jetzt nur größer geworden. Ich dachte, ich kann jetzt nochmal auswählen. So, Jungs. Die Nacht rückt an. Dann wollen wir mal. So, Welle 7 von 8. Ich glaube, dann kommt mal entweder ein neues Gebiet oder es passiert was ganz eigenartig. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Oh, der Wachturm verschießt aber große Pfeile. Komm schon. Los, Jungs. Lasst sie nicht einbringen. Nein, das Tor ist geschwächt. Auch sie mit Gebrüll. Eieieiei. Komm schon. Na also. Eine Welle noch. Dann haben wir 8 von 8 Wellen. Und keine Ahnung, was das bedeutet. Was kommt denn da? Vier Roboter mit einem Baseballschläger, der so eine Bandage. Der hat keine Ahnung, was das Symbol ist. Die letzte Nacht bricht an. Bereite dich auf einen starken Angriff vor. Ja, und was passiert nach der letzten Nacht? Ist egal. Wir haben genügend Geld. Wir können uns komplett upgraden. Vielleicht können wir noch was in der Kaserne machen. Nee. Haus bringt mir, glaube ich, auch nichts mehr. Dann schauen wir einfach, dass wir hier die Sachen upgraden. Och, warum nicht eine Mühle? Was haben wir denn da? Verbesserter Pflug. Jedes zukünftige Upgrade dieser Mühle steigert ihr Einkommen noch weiter. Uh. Oder explosive Falle. Die Mühle explodiert, wenn sie zerstört wird. Und verursacht massiven Schaden in ihrer Umgebung. Mit jedem Upgrade der Mühle erhöht sich sowohl der Schaden als auch der Radius. Hm. Ich mag Einkommen sehr, deswegen soll die nicht explodieren. Ach, ich kann auch Felder bauen für ein Gold. Dann machen wir das mal. Ach, das ist wirklich... Ich mag den Artstyle sehr. So, vier Gold haben wir, vier Gold kostet's. Dann haben wir die gleich upgradet. So, dann wollen wir mal die letzte Nacht starten. Und was seid ihr genau? Ach so, stark seid ihr jetzt aber nicht. Ich glaub, wir spielen grad Enos Tutorial Level. Das wird noch deutlich anspruchsvoller, wenn ich die Steam Reviews da richtig gedeutet hab. Komm schon. Ach so, ich hab so nen Kringel da. Kann nur in bestimmten... Wieso bin ich denn so angehittet? Uh, ich hab fast kein Leben mehr. Und meine Leute spawnen auch nach. Das ist schön. Okay, das ist tatsächlich anspruchsvoller jetzt schon. Komm schon. Wir haben sie gleich. Jungs, knüppel sie nieder. Sehr schön. Und was können wir jetzt machen? Hui, auf jeden Fall das ganze Geld einsammeln. Und wir haben gewonnen. Ja, das nenn ich mal Highscore. Versucht es erstmal besser hinzukriegen. Das schafft ihr bestimmt. So, auf jeden Fall für mich ein neuer Rekord. Ich hab's ja auch noch nie gespielt. Level 2. Königliche Münzanstalt. Dein Burgzentrum produziert je nach seinem Level 1, 2 oder 3 zusätzliches Gold pro Tag. Alles klar. Level 3. Arkane Türme. Heißt das Afane, Asane? Alle deine Türme haben eine Reichweite von 33%, plus 33% und ihre Geschosse verursachen auch ein Drittel mehr Schaden bei Feinden. Wunderbar. Glaubt, das heißt Arkane. Das ist ein komisches. Das sieht aus wie ein altes S. Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Level 4. Leichter Speer. Passiv. Schneller Nahkampfangriff verursacht zusätzlichen Schaden gegen alle sich schnell bewegenden Gegnertypen und verlangsamt sie für einige Sekunden. Wirksam gegen schnelle Gegner. Aktiv. Heilt dich und erhöht dein Angriffstempo für einen kurzen Moment erheblich. Wenn du die Fähigkeit aktivierst, während du unter 30% deiner maximalen Gesundheit bist, hält der Effekt länger an. Na gut, bitte. Das reicht an Leveln. Oh, wir haben Level 5. Schwere Rüstung. Du hast massive plus 250% mehr Gesundheit. Ich habe doch gar nicht genießt, aber trotzdem Dankeschön. Dann zurück zur Karte. Ich glaube, dann können wir das nächste Level... Ja, da ist immer das Hammer wunderbar abgeschlossen. Dann können wir gleich auch sehen, wie es weitergeht. Oh, da gibt es noch einige Level vor uns. Müssen wir uns an irgendwas Bestimmtes halten? Was? Da ist ein Wegweiser. Beat Durstein to unlock das Level. Wir müssen Durstein attackieren, um das Level zu beenden. Okay, ich schätze mal, das sind hier die verbleibenden Level im Moment. Ich meine, das Spiel ist noch im Early Access. Da kommt bestimmt noch einiges. Gut, dann wollen wir hier das nächste Level mal starten. Spielen. Nordfels. Waffe. Was haben wir denn? Bogen und Dolch. Oder leichter Speer. Leichter Speer haben wir gerade freigeschalten. Dann nehmen wir den doch auch. Perks. Was will ich denn auswählen? Königliche Münzanstalt. Okay. Borgzentrum produziert je nach seinem Level zusätzliches Gold. Das braucht man nicht. Mit Gold kam er gerade gut klar. Alle deine Türme haben eine Reichweite von einem Drittel mehr. Das Nehmer. Oder plus 250% mehr Gesundheit für uns. Nee. Lieber die Türme. Ich kann ja nicht alle Gegner allein ausschalten. Und wir Mutaturen. Bete zu den Kriegsgöttern. Gegner haben minus 20% Gesundheit und verursachen minus 20% Schaden. Aber du erhältst 40% weniger Punkte und XP, wenn du gewinnst. Äh. Nee. Wollen wir nicht. Provoziere den Schildkrötengott. Gegner haben plus 75% mehr Gesundheit. Was ist denn heute los mit mir? Aber du erhältst plus 40% mehr Punkte und XP, wenn du gewinnst. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob wir das schaffen. Äh. Provoziere den Tigergott. Ich dachte, das ist eine Bierenkralle. Na gut. Eine Tigerkralle. Gegner verursachen plus 75% Schaden. Aber du erhältst 20% mehr Punkte und XP, wenn du gewinnst. Oder provoziere den Schlangengott. Oh je. Gegner lassen. Minus 50% Gold fallen. Ah. Du erhältst plus 30% mehr Punkte und XP, wenn du gewinnst. Das würde ich nehmen. Dann beleidigen wir einmal den Schlangengott. Und dann wollen wir auch direkt anfangen. So. Ach. Auch eine herrliche Karte hier. Ich glaube, hier kommt unser Dorfzentrum hin. Ja. Das ist schon mal gut gebaut. Nein. Schön bauen. Nicht abbrechen. So. Zwei Häuser. Für mehr reicht es nicht. Kann ich vielleicht noch was bauen. Nö. Aktuell sieht es schlecht aus. Upgraden geht auch nicht für eins. Irgendeine Mühle oder so. Nö. Na gut. Von unten rücken Gegner an. Dann starten wir mal die Nacht. 13 Wellen gibt es hier insgesamt. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. So. Hey. Wo willst du hin, Kamerad? Wünscht der Echtmann könnte rein suchen. Ich weiß. Ich habe schon drei, vier Mal gesagt. Aber es ist tatsächlich ein Wunsch von mir. Ich habe doch so schlechte Augen. Vielleicht finde ich die Taste einfach nicht. Vielleicht hat meine Tastatur auch gar nicht die Taste. So. Wir haben sechs Gold. Wir haben leichte Gegner wahrscheinlich. Dann bauen wir auf jeden Fall das nächste Haus. Beste Einnahmequelle. Ich lasse die Leertaste immer zu früh los. Noch ein Haus. Was ist da? Noch ein Haus. Brauchen wir im Moment nicht. Aber ich habe nur zwei Gold. Die können wir natürlich sparen. Jetzt kommen von oben Gegner. Uiuiui. Das heißt, die können uns wahrscheinlich auch demnächst flankieren. Wenn sie von unten und von oben kommen, dann müssen wir wirklich auf die Verteidigung aufpassen. So. Den bauen wir beim nächsten Mal. Gut. Zwei Gold. Das lohnt sich eigentlich nur, wenn wir tatsächlich gerade noch ein Haus bauen. Dann kriegt man ja nach der Nacht die zumindest ein Gold wieder zurück. Ich habe mir gedacht, vielleicht heben hier es auf, aber vielleicht auch nicht. Das sind schon mehr. Komm schon. Oh je. Oh je. Lasst meine Häuser stehen. Ich hätte echt eine Kaserne bauen sollen wahrscheinlich. Nein, mein Haus. Das habe ich doch gerade gebaut. Nein. So viel zu meinem. Oh, ich habe kaum noch Leben. Nein. Mein schönes Einkommen. Was macht ihr denn mit mir? Oh je. Schwere Verluste erlitten. Ja, mit dem Gold nur fünf Stück. Feinde kommen von unten. Kaserne ist zu teuer. Glaube ich zumindest. Wo ist er denn? Ich würde auf jeden Fall hier mal den Wachtraum bauen. Ich weiß, dann können sie auch ein bisschen was zerstören. Muss ich euch reparieren oder seid ihr eingeschnappt? Da sind oben nämlich zwei Kreuze drauf und ich kann gerade nichts machen. Und Gold habe ich auch nicht viel. Was kommt von da oben? Auch was sehr unfreundlich ist, wie mir scheint. Zweimal komische Spiky-Raupen. Na gut. Mir bleibt nichts anderes übrig als... Achso, ich muss das hier erst upgraden, dass ich wahrscheinlich die Kaserne freischalten kann. So ein Mist. Ich glaube, ich habe mich schon verstrategisiert hier. Ist egal. Wir beginnen die Nacht. Uns bleibt nichts anderes übrig. So. Einen davon haben wir schon mal erledigt. Da sollte noch einer kommen. So. Boah, macht der viel Sch... Nein! Ich bin gestorben, aber zum Glück werde ich wiedergelebt. Wollte ich doch nicht. Nein, mein Turm. Mein Turm. Boah. Also es geht schon hier ein bisschen mehr zur Sache. Ihr dürft mein Dorfzentrum nicht erledigen. Oh. Oh, ein Glück. Ich kann sie weglocken. Nein, sie kommen wieder. Nein, ich habe verloren. Nein. Das... So kann man sich auch dämlich anstellen. Na gut. Das machen wir gleich nochmal. Yay, ein neuer Rekord. Ist das nicht schön. Nochmal versuchen. Neue Spiele. Äh. Wir lassen mal die Mutatoren weg. Vielleicht bin ich einfach ein nicht geskillter Spieler. So. Zu viele Häuser auf einmal sind anscheinend nicht gut. Wer hätte das gedacht. So. Diesmal aber hier gleich den Turm. So. Lasst die Nacht hereinbrechen. So. Diesmal gibt es hier aber nichts. Außer auf die Schnauze. Nein. Aber doch nicht bei mir. Ja. Gar nicht so leicht, wenn ich diesmal klug spiele. Ich hoffe, ich spiele klug. Die haben mich in einer überraschend niedrigen Welle kassiert. Das ist mir nur ein bisschen peinlich. Nur ein bisschen. So. Was brauchen wir dann noch? Noch einen Turm. Ich glaube erstmal nicht, obwohl da kommen acht Stück. Ich hätte aber ganz gern mehr Häuser. Wir brauchen das Geld. So leid es mir tut. So. Wir haben theoretisch noch viel Gold. Ach. Was soll's. Die Welle schaffen wir. Und danach können wir die Kaserne bauen. So. Lasst die Nacht beginnen. Und die Spiele natürlich auch. So. Schön ausmauern. Einen haben wir schon. Den zweiten Hammer auch. Wir brauchen mehr Türme. Nein. Gebt doch meinen Pony nicht so auf den Sack. So. Drei Gegner noch. Das schaffen wir. Ohne starke Verluste. Ja. Das sieht doch gleich besser aus. Ja. Mit dem Gold. Und dann brauche ich eigentlich am besten noch gleich einen Wachturm. Hier nochmal einen. Lieber da unten. Obwohl hier unten habe ich gar keinen. Kann ich den verbessern? Nee. Noch nicht. Okay. Dann müssen wir eigentlich jetzt upgraden. Äh. Was nehmen wir? Plus 75% HP für meinen Charakter. Und 75% Angriffsschaden on top. Oder hier. Jeden Abend wird automatisch ein Level 1 Haus zu einem Level 2 Haus aufgewertet. Falls verfügbar. Plus 50% HP für meinen Charakter. Äh. Ich würde tatsächlich wieder das erste nehmen. Ihr braucht ein bisschen mehr. Also 75% HP mehr. Und vor allem mehr Angriffsschaden. Alter. 20 Münzen für das nächste Upgrade. So. Wir haben noch zwei. Was kann ich mir für zwei kaufen? Was kann ich mir für zwei kaufen? Nur noch ein Haus, oder? Ja. Dann stellen wir mal ein Haus hin. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht wieder auf den Sack kriegen. Das ist echt ein cooles Spiel im Moment. Schade, dass so wenig verbleibende Level da sind. Aber weiß nicht, wie lange die gehen. Laut den Steam Reviews, wie gesagt, dauert das Spiel nur ein paar Stunden. Aber irgendwo gibt es einen Endlos-Modus. Letztendlich gefahren ist, letztes Mal keine genommen zu haben. So. Ein Wachtturm kann nicht schaden. Mühle brauche ich gerade nicht. Festung. Ah, da fehlt mir ein Stück Gold. Burgenschützen-Übungsplatz haben wir. Noch ein Haus. Ich glaube, vier Ritter. Wie viele Gegner haben wir? Uh, wir haben 24 Gegner. Vielleicht macht man noch was Sinnvolles damit. Wieso habe ich einen Wachtturm hier verfügbar? Kommen übers Wasser irgendwann auch noch Feinde. Das wäre natürlich unpraktisch für mich. Fünf Gold zum Upgraden. Mühle bringt da nichts. Acht Gold dafür. Ui, ui, ui. Das ist natürlich wieder so eine Sache. Ich würde sagen, wir sparen diesmal tatsächlich das Geld. Obwohl, was soll der Guide? Noch ein Wohnhaus hier hin. Ich kann gerade eh nichts machen. Das eine sparen wir uns. Aber dann lasst mal die Nacht beginnen. In der Hoffnung, dass wir es schaffen werden. Jungs, kommt mit. Ein nach dem anderen schalten wir aus. Sehr schön. Die Bogenschützen haben echt nicht so viel Leben. Das ist ganz gut für uns. Schlecht für die. Komm schon. Komm schon. Nein, wir müssen unten schauen, dass die uns nicht fertig machen. So, acht sind schon mal ausgeschalten. Das ist wunderbar. Ich glaube, die Strategie war richtig. Was? Der Turm hat hier alles geschafft? Krasser Turm. Der kriegt eine Belobigung. Und vor allem eine Erweiterung. Obwohl, vielleicht lasst uns das mal sinnvoll angehen. Vier Stück hierfür. Dafür gebe ich gerne Gold aus. Ich mag Festungen. Seitdem ich Age of Empires 2 gespielt habe auf der Playstation 2 damals. Das war noch Zeiten. Müsste ich auch mal wieder spielen. Ich glaube, die haben ja das HD-Remake gemacht. Das habe ich sogar. So, den Turm bauen wir auf jeden Fall auch. Noch ein Haus. Und ein Gold ist noch übrig. Damit kann ich mir nichts kaufen. Oh, hier hätte ich auch noch einen Turm hinmachen können. Na, der wäre praktischer gewesen als der da drin. Na gut, sei's drum. Wir kriegen jetzt 15 von diesen Stachelfiechern. Die waren doch so... Ich glaube, die sind auch gut gegen die Festungsmauern. Nein, lass meine Festung in Ruhe. Ritter, macht was. Die zerstören meine Festungsanlagen. Ah, die Türme hier sind Gold wert. Die müssen alle abgegradet werden. Komm schon. Lasst sie nicht rein. Halte das Tor. Ja. Gut gemacht, Jungs. So, wir haben nur 10 Gold bekommen. Das ist schlecht. Hm, ich hätte natürlich gern Wachtturm, aber dieser Übungsplatz... Upgrade! Langbogenschützen verfügen über eine sehr hohe Reichweite, sind aber ziemlich... So, die 30 Minuten Mark ist beinahe erreicht. Dann wird's wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Also, das Spiel wirkt bis hierhin echt genial. Cooler Artstyle, klasse Setting und klasse Gameplay. Es macht echt einen Heidenspaß und ich freue mich schon drauf, weiterzuspielen. Was haltet ihr bis jetzt vom Spiel? Schreibt's mir gern in die Kommentare und schreibt auch gern, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.